Die Geschichte von Kloster Eberbach Jetzt kehrt Ruhe ein. Die Welt verändert ihr Gesicht. Nur noch schemenhaft erscheint uns Vertrautes. Viele Dinge werden namenlos. Doch jeder noch so kleine Schimmer durchbricht die Finsternis und ist wie ein Funken Hoffnung auf einen neuen Tag, eine neue Zeit, ein neues Leben. Amen.